Ihr Sohn zeigt alle virustypischen Symptome, bevor die kritische Phase einsetzt. Wir holen dich hier so schnell wie möglich wieder raus. Leider sind die Kosten für den Impfstoff extrem teuer. Ich gebe Ihnen alles, was ich besitze. Lifecore möchte, dass Sie sich der Schwere dieser Entscheidung, die Sie zu treffen, beabsichtigen, absolut bewusst sind. Sie geben mir für meinen Körper Geld, warten ein Jahr und dann zerlegen Sie mich in Einzelteilen. Wir haben eine Übereinkunft, Mr. Gabriel. Wir erwarten, dass Sie die einhalten. Wo ist mein Sohn? Schon weg. Mr. Gabriel, wir haben immer noch einen gültigen Vertrag. Stecken Sie ihn sich sonst vor. Wir müssen ein Befehl zu seiner Ergreifung erwirken. Ich weiß, wo du steckst. Du kommst hier keine zehn Minuten allein durch. Ihr Leben noch. Die Gabriels haben etwas in ihrem Blut, womit man die Lebenserwartung verdoppeln kann. Denken Sie nur an all die Möglichkeiten. Verstehst du nicht? Das ist eine Falle. Sie dürfen nicht verletzt werden, weder er noch sie. Sind alle soweit? Worauf wartet ihr denn? Zeigt, was ihr könnt. Untertitelung. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020